Abbauen. Aha. Wir können die Gebäude abbauen. Das können wir nicht abbauen. Aha. Wir sind nicht kommen. Dann holen wir uns das Glas. Das versteht doch immer. Ich hoffe gleich alles. Dann werden wir später bestimmt noch mal wieder. So, hier mal eben... ...mitte quer durch die Map... ...Auksbury. Einmal hin und bis zurück. Voll aufgewertet, Atul. Wird Atul das Werkstatt komplett auf. Auweia. Ach, Atul. Ich hab da eine Befürchtung. Das sieht alles so fantastisch aus. Du hast alles erledigt. So schön sah mein Haus noch nie aus. Die anderen Passagiere sind sicher schon neidisch. Aber wir sollten es ihnen nicht unter die Nase reiben. Atul History. Wo die Nase über dem Ende gehen. Bleib noch... Bleib noch bei uns, Atul. Ich finde wir sollten ein großes Abendessen für alle an Bord veranstalten. Das ist kein Scherz. Nun ja, nicht für alle. Nur für ein Paar vielleicht. Ich glaube das würde die Stimmung geben. Sagen wir drei deiner Lieblingsgäste. Sollte sie sich einladen und sie fragen, was sie gerne essen würden. Was hältst du davon? Na, die Gäste zum Abendessen ein. Natürlich, aber die können wir nicht einladen. Du bist natürlich mit dabei, oder? Das schnellen ersten Offiziergement nenne ich mich freiwillig. Ich verfüge ihnen natürlich über ausgezeichnete Referenzen. Liegt in der Familie. Um ehrlich zu sein, möchte ich nur nicht um den Kater herum kommandiert werden. Stem, du rennst die ganze Zeit hin und her. Verliest die ganze Besorgung für alle. Bedürfnisse der anderen sind dir wichtiger als deine eigenen. Wo ich dir so zusehe, sehe ich etwas von mir selbst in dir. Wusstest du das? Ich möchte dir ein kleines Geimes verraten. Es mag dir sicher gefallen, herunzulaufen und all diese Leute auszuhelfen. Aber du musst dir auch etwas Zeit für dich selbst gönnen. Tu etwas nur für dich anhalten. Das habe ich nie geschafft. Deshalb bin ich wohl hier. In dieser Welt auf diesem Schiff. Deshalb müssen wir und meine Tüchter jetzt ohne mich an uns kommen. Nun ja. Im Moment haben wir uns beide Camping. Oh. Hm. Keine Umarmung für Atul. Einen Schnitzel für Atul. Also wen nehmen wir mit zum Essen? Und du nicht. Drei Leute muss ich entladen. Drei Leute muss ich entladen. Und wer ist denn mit dir? Hm. 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 Dein überenergischster Freund. Wollt sie dein Abendessen? Gut, dass du dich um die Gerichte kümmerst. Nein, lieber. Sehen wir mal. Etwas, das Können erfordert. Vielleicht Thunfisch-Taki. Oh. Das klingt angemessen. Thunfisch-Taki. Okay. Den laden wir noch einen. Na, den gibt es nicht ganz bestimmt nicht. Atul möchte mich zum Abendessen einladen. Hm. Sicher doch. Es sollte wohl kommen. Ich weiß nicht. Bin mir ja nicht sicher ob ich... Na schön. Hm. Wenn ich hingehen sollte, sollte ich eine Nudelsuppe essen. So wird sicher unterhaltsam sein mit allen zu reden. Und auch nicht. Wir nehmen es dort. Wehtank. Nudelsuppe, das neue Gericht. Sammler ist leider noch nicht mehr da. Sonst würde ich die mitnehmen. Es ist nicht mehr so viel Auswahl auf dem Schiff. Neckert, es sind gar nicht viele an Bord. Ob es einem so viel vorkommt. So. Dann... ähm... Wir müssen alle antreten. Ich weiß nicht ob ich den Löwen einladen will. Wir müssen auch noch ein bisschen zass. Na komm. Mhm. Vielleicht eine Brüder-Blaze. Für das Abendessen. Etwas um meine Nerven zu beruhigen. Die Stehlaner bestimmt nicht mit rein. Kein Blick. Jetzt kommt das Spiel im Detail. Ich brauche eine... ...Soul-Chefin. Jemand, der mir dabei hilft, die ganzen Gerichte zuzubereiten. Guter Koch hat immer auch ein gutes Team zur Unterstützung. Eins kannst du mir glauben, Stella. Wir sind ein tolles Team. Ich werde aufschreiben, was jeder gerne hätte. Du musst es dann einfach nur zubereiten. Das ist ja der wichtigste Teil. Du weißt schon. Wir haben ja nichts mehr zu stellen. Ich bin jetzt zufrieden, was ich da nicht versuche. Okay. Das ist doch gut. Du bist ja der wichtigste Teil. Ich bin ja demnach. Ich bin zufrieden. 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 Hier kommt die Nubelsippe, gute Wahl, Astrid. Hm, der Hauptgang. Danke für die Gruppe Weewees, wie auch immer man es ausspricht, was ist für ein abwechslungsreiches Menü. Und zum Schluss, das wahrscheinlich komplizierteste von allem. Und das mit Thunfisch. Thunfisch, herzhaftes Gemüse, haben wir den Thunfisch dabei? Da müssen wir noch ein bisschen angeln gehen. Was weißt du schon wieder? Kundschafterin, wir haben noch einen Job für dich. Diesmal musst du ein Problem begeben, was du selbst verursacht hast. Du hast uns ein Haus gebotet, da wollen wir uns ja gar nicht beschweren. Jetzt ist es leer. Da ist nichts drin. Du musst aufpassen, Peppen. Der Kerl hat schon immer recht verschwenderisch gelegt. Ich kann dir aber nicht sagen, was er gerne hätte. Das musst du selbst daraus finden. Wir sind ja kein Architekten. Dein Tippkundschaft darin besorgt, ist etwas teures und lautes. Was ist das? So liegen die Rechnung drüben. Ich hoffe, die werden mal schnell wieder los. Sieht nicht danach aus. Ok Thunfisch muss verpacken, er wird wieder in der Nacht verloren in der Reihen Ich glaube die Fische sind hier lokal begrenzt Wenn ich nur wüsste wo es Thunfisch gibt Zeig doch Eine Nacht lang angeln Was ist denn mit diesen Fischen los? Schon wieder so einer, das ist doch skandalös Ich glaube die Angeleitung wird zu schlecht Oha, sind wir ja schon da Das ging schnell als gedacht Jetzt gibt es wahrscheinlich keinen Thunfisch Das ist bloßes Treffen Ja dann bringen wir das mal voran Den Fisch werden wir auch noch zahlen Dafür haben wir alle die ganzen Sachen besorgt Damit er fremd gehen kann Nervauter So etwas ist mir bisher noch nicht passiert Tag auch Lass uns in Ruhe Hier geht das Licht runter und drüber Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? No Erstmal was essen Warte, warte ihr Haus. Achso. So ist anderes. So vom Turf. Wo war denn das? Das war doch hier im Garten. Dann habt ihr eine tolle Nacht. Bin dann mal weiter. So. 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 Das nicht. Ich habe die Schnauze voll. Verständlich. Ich habe gedacht, ich sei stärker, aber offensichtlich lag ich da falsch. Ich ertrage es nicht mehr. Er macht mich wahnsinnig. Er folgt mir überall hin. Er redet und redet und redet. Und ich weiß, dass er lügt. Ununterbrochen. Und das, was er von sich gibt, ist eine himmelsschreiende Lüge. Was konntest du herausfinden? Hat er mich betrogen? Sag es mir. Eiskalt. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Wildfunk. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das wärmt mir das Herz, zu wissen, dass ich wenigstens einer Person vertrauen kann. Und jetzt bitte. Du weißt, was getan werden muss. Ich möchte sein Gesicht nie wieder sehen. Er muss verschwinden. Aus meinem Haus. Aus meinem Leben. Ich ziehe den ersten Schritt von dir, wenn ich nichts trage. Ja. Ja. Diese Idiots. Gut, da freue ich mich schon aufs Abendessen. Und ich und Giovanni, wo steckst du? Wo warst du dich verkraben? Du haust mir hier nicht ab. Ich. Oh. Ich verstehe das nicht. Alles lief so gut. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Oh, doch hast du. Deine Astrid hat wirklich eine echt miese Laune. Was soll ich jetzt tun? Der Natur will verschwinden. Aber wohin? Du bist zur Atulis-Werkstatt? Nee, zu frustig. Zu Ende des Landhauses vielleicht. Nein, so geht das nicht. Gut, ich werde doch nur nachdenken. Wir sehen uns beim Liener. Hier wäre es mit hingehen und sich entschuldigen. Das wäre vielleicht mal ein Anfang. Oh, komischen Wildfang. Ich bin am Fungern. Oh, komischen Wildfang. Oha. Thunfisch war aber nicht mit dabei. Nein. Jetzt fangen wir hier irgendwo noch einen Duhlfisch. Der andere jetzt gerade. Jetzt wieder Bäume zu fällen. Was wirklich alles klar hat, ist der beste Tag meines Lebens. Ich meine ja, das ist schon ausreichend. Und nun wegen des kleinen Auftrags. Ich habe sehr gute Ideen. Fantastische Ideen. Aber wir haben noch nicht über meine Bezahlung gesprochen. Preis ist auf keinen Fall verangelbar. Wie wäre es mit einem Duhlf und Duhlf? Ich benötige 450.000 Glimps. Und das ist ein Angebot der Freunden. Für einen Künstler meines Talents wäre es lästerlich, weniger zu fordern. Und dann werden wir uns wieder näher sein. Und du wirst schon sehen, wie gut ich alleine zurecht komme. Und du wirst verstehen, dass ich nicht einfach nur ein fauler Karot bin. Und dann wirst du dich ganz neu in mich verlieren. Ich kann nicht glauben, dass mein Plan so gut funktioniert. Sei denn. Und ähm. Nur noch eine Sache, aber sie ist äußerst wichtig. Und strikt geht dagegen Arbeit und Liebesleben untereinander zu vermischen. Du solltest meiner Partnerin in Oxburg. Also auf keinen Fall mitteilen, worauf wir uns geeinigt haben. Verstehst du? Auf keinen Fall. Hm. So. Auf einer Explosion. Wir haben was auszuplaudern. Bezahl die Mühe aus 4... Ok. Nehmt Astrid. ich weiß nicht warum aber es schmerzt ihn gehen zu sehen ich hätte es nicht für möglichkeiten aber es ist so das war jedenfalls die richtige entscheidung jetzt brauche ich etwas zeit muss ein welchen alleine sein um nachdenken zu können ich danke dass du für mich da bist ich brauche nur ein bisschen thunfisch ich habe kein geld den thunfisch brauche ich selber das gibt es hier irgendwo thunfisch wunderlizenz wenn man doch sammelt dazu irgendein fischhändler die loren wahrscheinlich jetzt ein fischgebiet so klinkt man es mal im noden Nein. Ich sehe noch woanders Fische hochkommen. Gut, dann schwimmen wir erstmal hier hin. Danach dann nach Norden zu den Fischen. Wo soll es sonst in Norden Fische geben? Vielleicht ein Fischbrötchen bestellen. Ja. Hey, Erdnusschen. Mir ist sicher aufgefallen, dass ich in Astros Haus nicht mehr ganz willkommen bin. Aber hey, was kann ich sagen? Es ist ja nicht meine Schuld. Dass ich unwiderstehlich bin. Ach, halt die Fresse. So wurde ich nun mal gedrungen. Die Damen stehen auf mich. Was kann ich denn daran ändern? Sie nicht betrachten? Gott, ich kotze ins Essen. Es wäre echt unhöflich von mir. Ah gut, gut. Kein Grund diesen Blick zuzuwerfen. Ich verstehe das schon. Weißt du? Ich hätte vermutlich dasselbe getan. Na schön. Vielleicht nicht genau dasselbe. Aber ja. Ich weiß. Ich weiß. Hey, weißt du was? Ihr Pech. Ich will nicht zu ihr zurück riechen. Statt sich zu entschuldigen. Das stehe ich total drüber. Allerdings. Nachts ist das an Deck schon etwas ruhig. Und wenigstens ein Sofa zu ausholen wäre schon nett. Was soll ich nur tun? Denk nach Giovanni. Denk nach. Hm. Vielleicht. Eva Mina. Kann ich dich an meinen Feinden bitten? Nein. Auf gar keinen Fall. Nur einen ganz kleinen für deinen lieben Giovanni. Nein. Schlaf auf dem Deck. Es gibt einen Gemeinschaftsraum. Schlaf dort drin. Mhm. Ich brauche jetzt einen Ort an dem ich mich ausholen kann. Oh. Weißt du was? Ein netter Aufenthaltsraum wäre fein. Ein Aufenthaltsraum. Ein cooler Raum. So eine Mischung aus Bar und Wohnzimmer. Ein Ort an dem wir uns alle entspannen und Spaß haben können. Verstehst du? Ich könnte da sogar schlafen. Du tust für mich bitte. Ich werde auch dafür aufkommen. Danke Mamina. Vielen Dank. Ich bastel dir eine Rundehütte. Ist in Ordnung. Edgeburg Lane entdeckt. Oh. Großstadt. Das ausschaut. Rot für Fremde. Ich kenne die doch hier diese Gucksuhrturm. Das kann ich dir zu früh stellen. Dass die reinquetschen. Zinkbarren brauchen wir dafür. Na gut. Verzinkbaren Küchen. Mach's bestimmt nicht gerne. Wir wollen hier nicht. Dass er sich unterkühlt. Tolle Scheiße. Haben wir eigentlich noch eine Hütte, ein Rezept für eine Hundehütte, die wir den bauen können. Hier kommt aber ganz weit abseits, das kannst du aber wissen. Hier zum Beispiel, kannst du den Stier nerven gehen. Oh Wittfang, ich komme mir so dumm vor, ist naiv. Warum hatte ich geglaubt, dass er sich ändern könnte? Wie konnte ich hoffen, er würde anders sein? Dieser verlogene, fremdgehende Mistkerl. Und du, wie konntest du mir das antun? Warum musstest du mir die Wahrheit sagen? Findest du denn nicht auch, dass manche Dinge einfach verschwinden, verschrieben werden sollten? Finde ich nicht. Dass manche Geheimnisse, die immer nicht enthüllt werden. Ich bin so wütend auf dich. Hör zu. Ich weiß, dass du geglaubt hast, das Richtige zu tun. Aber so einfach ist das nun mal nicht. Es geht nicht immer nur um Ehrlichkeit gegen Doppelzügigkeit. Ich werde mir jetzt etwas Zeit für mich selbst nehmen. Bis später, Stella. Tja. Dann mache ich mal einen Ausflug. In diese Stadt hier. Ich gehe lieber weiter. Ich treffe mich hier mit jemandem und definitiv nicht mit dir. Er sagt unauffällig. Und dieser Riesenhut ist alles andere als unauffällig. Ich bin zu gemein. Ich bin zu human. Ich bin zu weinen. Das ist alles, was ich nämlich zu angesprochen.